Hi, mein Name ist Marco Roderl und ich studiere Mechatronik mit der Vertiefung Maschinenbau im dritten Semester an der FH Vorarlberg. Ich bin Stefanie Baldreich, studiere an der FH Vorarlberg Mechatronik mit Schwerpunkt Maschinenbau. Hallo, ich bin Hannah Torzen und ich studiere Mechatronik mit der Fachrichtung Maschinenbau an der FH Vorarlberg. Hallo, mein Name ist Kylian Strasser. Ich studiere im dritten Semester Mechatronik Vollzeit an der FH Vorarlberg. Da Messungen von runden Teilen, wie zum Beispiel diesem Flansch hier, sehr aufwendig sein können, haben wir von unserem Kunden den Auftrag bekommen, ein Rundlaufrückgerät zu bauen. Bei der Internetrecherche der richtigen Normteile, wie zum Beispiel die Linearführungen oder Klemmelemente, Spannzusätze oder Führungswagen, mussten wir die Kataloge mit über 1000 Seiten durchforsten. Das gesamte Modell wurde mit Siemens NX gezeichnet. Die Gesamtkonstruktion wurde dabei in einzelne Baugruppen zerlegt, die von den einzelnen Projektmitgliedern konstruiert und detailliert wurden. Ich habe mich beispielsweise um die Baugruppe Backenfutter gekümmert. Der Gesamtentwurf wurde dabei genau auf Störkonturen untersucht. Erst als keine Menge mehr festzustellen war, wurden die Zeichnungsableitungen der Teile erstellt, die dann von Kunden gefertigt wurden. Nach Erhalt aller Fertigungsteile traf sich das Projektteam zur gemeinsamen Montage der einzelnen Baugruppen. Schrauben, Verstiften und Kleben Die Montage der einzelnen Baugruppen klappte fast räubungslos. Probleme, die auftraten, wurden meist direkt beseitigt. Nach Abschluss der Montage konnten alle Teile auf der Grundplatte montiert werden und die Einstellung und Ausrichtung der Vorrichtung begann. Die Ausrichtung der Gegenspitze zum Backenfutter konnte mit einer Messuhr und der gegebenen Einstellmaßnahme präzise eingestellt werden. Und was nicht gepasst hat, wurde mit der Flex passend gemacht. Musik Für die Automatisierung des Rundaufprüfgeräts wird ein Raspberry Pi 4 als Steuerhaugen verwendet. Dieser steuert den Schrittmotor an, um die Drehbewegung zu realisieren und kommuniziert mit dem Messgerät. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.